Einen wunderschönen guten Tag. Servus und hallo. Bei uns geht es heute um das hier. Genau, um die Verwendung von Software am Arbeitsplatz. Denn mit jeder neuen Softwarekomponente, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz installieren, kann das Sicherheitsrisiko für Ihre Firma steigen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie keine Software, schon gar nicht private, ohne Rücksprache mit Ihrem Netzwerkadministrator oder Ihrer Führungskraft installieren. Bei einem Einsatz ohne vorherigen Test kann das produktive Netz schwer beeinträchtigt werden. Zudem kann die Software Sicherheitslücken enthalten, die Hackern Tür und Tor in das Unternehmen öffnen. Und auch ungültige Lizenzen sind eine Gefahr. Eine Lizenz ist ein Nutzungsrecht. Als Käufer einer Software erlangen Sie daher nicht, wie vielleicht angenommen, die Software als Eigentum, sondern das Recht auf Nutzung dieser Software. Eine private Lizenz ist nicht für geschäftliche Nutzung vorgesehen. Bei einem Verstoß gegen die Lizenzbedingungen muss Ihre Firma haften und für finanzielle Schäden aufkommen. Unsere heißen Tipps sind daher, informieren Sie sich in Ihrer Firma über die Verhaltensregeln zur Verwendung von Software und halten Sie sich unbedingt daran. Halten Sie die lizenzrechtlichen Voraussetzungen ein, sonst drohen hohe Strafen. Und wenn Sie Software installieren dürfen, achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Sicherheitsupdates installiert sind. Der oberste Grundsatz lautet, installieren Sie Software nur entsprechend der Vorgaben Ihres Unternehmens. Happy Computing! Ciao, tschüss und bleiben Sie achtsam!